wir sind heute noch einmal mit einer fähre unterwegs und heute fahren wir mit der super speed 1 der color line von hirzhals nach christiansand und wieder zurück und damit herzlich willkommen zu einem neuen video und unsere heutige fahrtroute seht ihr hier auch schon auf der see karte da ich nicht an bord übernachtet habe wird es also nur ein video geben über dieses schiff in diesem video haben wir also den rundgang und die fahrt gemeinsam drauf und wir starten hier in hirzhals hier bin ich am morgen mit der starwanger fjord der fjordline ankommen und wollte dann eigentlich auch nur eine tour mit der super speed 1 fahren allerdings wurde meine andere fahrt kurzfristig abgesagt und bevor ich gar nicht fahre habe ich mich dann dazu entschieden beide strecken mit der super speed 1 zu fahren eben habt ihr im hintergrund schon ein anderes schiff gesehen das ist die vasco da gama die ich euch ja vor einiger zeit schon mal vorgestellt habe die hier im hintergrund vorbeigefahren ist und hier seht ihr jetzt auch schon die super speed 1 bei der einfahrt in den hafen von hirzhals die super speed 1 ist 211 meter lang 25,8 meter breit mit 36.822 brz vermessen kann bis zu 27 knoten schnell fahren und bis zu 2315 passagiere befördern und sie wird eben von der color line hier auf der route zwischen hirzhals und christiansand also zwischen dänemark und norwegen eingesetzt diese route wird parallel auch von der fjord line bedient zumindest in den sommermonaten von der fjord faster einem katamaran der diese strecke dann noch etwas schneller bewältigen kann als diese ebenfalls sehr schnellen fähren hier die allerdings klassische einrumpf fähren sind ich rede in der mehrzahl denn es gibt auch noch die super speed 2 die dann auch hier von hirzhals aus fährt allerdings dann einen anderen hafen in norwegen anläuft wir gehen jetzt erst mal an bord der super speed 1 und starten erst mal mit einem kleinen schiffsrundgang und hier kommen wir an bord direkt im atrium hier haben wir einen sitzbereich der ganze bereiche eben offen über zwei decks hier haben wir einmal das daily hier kann man lebensmittel kaufen hauptsächlich eben lokale produkte fleisch fisch und ähnliches tiefgefroren kann man hier kaufen weitere sitzmöglichkeiten haben wir hier und auch hier einen kleinen arcade game room wo man in dieser arcade games spielen kann und wir gehen jetzt eben erstmal weiter und kommen jetzt hier zum text free market also dem duty free store an board wo ihr eben verschiedenste souvenirs kaufen könnt parfüm schmuck alkohol und ähnliches all das kann man hier eben erwerben ja wir gehen jetzt wieder zurück in richtung heck des schiffes der duty free store befindet sich ganz vorne und hier kommen wir nun an der first street vorbei einer weiteren möglichkeit wo man sich gemütlich hinsetzen kann und haben dann hier ganz am heck des schiffes nochmal eine große lounge mit viel fensterflächen und eigener bar wo man sich dann gemütlich hinsetzen kann ja hier seht ihr auch schon so das typische design der 2008 gebauten fähre erinnert so ein bisschen 70er jahre stil diese sessel hier ansonsten die fähre eben eher modern gehalten aber ebenso ein paar 70er jahre einflüsse das ist so das designbild der fähre hier rechts haben wir auch ein paar schließfächer falls er während der überfahrt ein paar wertsachen einschließen wollte nicht die ganze zeit wird euch rumtragen wollt und hier haben wir auch ein kleines casino das eben wirklich relativ klein aber es ist eben auch keine fähre wo man über nacht bleibt sondern man ist eben auch nur eben für die überfahrt hier an bord hier haben wir die rezeption mit einem kleinen shop nebenbei wo man eben souvenirs und dinge des alltäglichen bedarfs kaufen kann und dann sind wir auch schon wieder zurück im atrium und haben somit das erste deck schon komplett gesehen und gehen deswegen jetzt ein deck höher auf das nächste passagierdeck und hier haben wir dann das zweite deck dieser großen lounge hier am heck seht ihr auch schon nach unten offen hin und dann kommen wir hier zur blue fins lounge diese lounge befindet sich jetzt nun ganz am heck des schiffes mit großen panoramafenstern war allerdings während meiner überfahrt leider geschlossen hier können auch noch mal nach unten schauen da befindet sich auch noch mal einen bereich wo man sitzen kann der auch als restaurant genutzt wird aber eben in der nachfrage schwächeren zeit in der ich jetzt hier unterwegs war gegen ende des sommers war dieser bereich dann eben nicht geöffnet denn die fähre war auch nicht sonderlich stark ausgelastet was auch sicherlich ein grund dafür war dass meine eigentliche fahrt nicht geklappt hat denn eigentlich wollte ich mit der fjord faster von fjord line hinfahren und mit der superspeed 1 dann zurückfahren allerdings wurde die abfahrt der fjord faster abgesagt eben vermutlich aufgrund der geringen nachfrage und daher mich dazu entschlossen eben hin und zurück mit der superspeed 1 zu fahren und jetzt sind wir hier in der second street also ihr seht sieht sehr ähnlich aus wie die first street ist auch ein sitzbereich nur eben ein deck höher und deswegen der name second street und von hier aus kommen wir jetzt wieder in den atrium bereich nun eben auf dem oberen deck davor gehen wir aber einmal nach links da haben wir noch mal ein paar schließfächer und hier haben wir eine vip lounge diese lounge könnt ihr gegen aufpreis hinzubuchen da habt ihr dann getränke wie kaffee und soft drinks kostenlos und einen eigenen sitzplatz im ruhesessel in einem eher abgedunkelten bereich mit weniger fenstern also auch ganz gut wenn man zwischendrin mal die augen zu machen möchte oder eben einfach wenn man nur ein bisschen bequemer sitzen möchte jetzt sind wir hier wieder im atrium und ganz typisch für fähren sind ja express restaurants und das haben wir hier hier könnt ihr euch also schnell in der selbstbedienungsweise etwas holen und dann hier essen wenn es ein bisschen schneller gehen soll und jetzt gehen wir wieder ganz nach vorne und hier haben wir jetzt das catch me if you can das ist dann das haupt restaurant an bord hier könnt ihr also in buffetform frühstück mittagessen abendessen bekommen kann man vor der reise schon hinzubuchen und dann kann man eben hier mit inkludierten getränken in ruhe etwas essen und das ganze eben vom buffet wie die auswahl so aussieht das zeige ich euch dann später noch im video jetzt schauen wir uns erstmal noch die außendecks an davon gibt es auch einige hier an bord ihr seht auch schon mit ein paar sitzmöglichkeiten hier auf dem oberen außendeck und wir schauen mal runter und sehen hier ganz am heck hinter der blue fans lounge da ist auch noch mal ein außendeck mit ausreichend sitzmöglichkeiten und dann haben wir seitlich natürlich auch noch eine promenade auch hier könnt ihr euch natürlich aufhalten das heißt bei schönem wetter hat man hier auch vier möglichkeiten die überfahrt draußen an der frischen luft zu verbringen und jetzt gehen wir hier wieder einmal runter schauen uns noch die promenade unten an die auch sehr sehr großflächig ist und dann gehen wir noch einmal ganz nach hinten zu dem bereich den wir gerade schon einmal von oben gesehen haben die rechts seht ihr die große fensterfront das gehört also schon alles zur blue fans lounge und dem restaurant dort und dann sind wir jetzt hier am heck des schiffes und hier haben wir eben noch mal einen großen außenbereich wo man sich auch eben gut hinsetzen kann das ganze eben ein bisschen wind geschützt zumindest dadurch dass wir uns am heck befinden zumindest vom fahrtwind geschützt und jetzt springen wir mal hier in die vip lounge da hatte ich mir auf der hinfahrt einen platz reserviert und das seht ihr schon hier sehr bequeme sessel flugzeug sessel mit mehrfacher verstellung leseleuchten steckdosen klapptischen also ziemlich gute ausstattung die tische sind relativ klein also eigentlich gar nicht gedacht für einen laptop man hat es mir auch so erklärt beim ticket buchen da ich das ganze ja spontan im terminal dann gebucht hatte hatte sie gesagt dass es für ein laptop eigentlich nicht geeignet ist aber im endeffekt hat es dann doch ganz gut funktioniert und sehr angenehm sind eben die gratis getränke also da kann man durchaus den aufpreis von circa 29 euro relativ gute wieder herausholen diese vip lounge heißt offiziell einfach business class ähnlich dem flugzeug und zusätzlich gibt es auch noch eine neue class für 10 euro wo er damit etwas weniger komfort und ohne diese lounge bereich mit gratis getränken dann auch noch etwas komfortabler sitzen könnt wir haben hier derweil dann schon norwegen wieder erreicht sind also zurück in norwegen und jetzt hier in christiansand christiansand eine sehr sehr schöne einfahrt also da lohnt es sich auf jeden fall auf die außendecks zu gehen und sich diese wunderschöne landschaft hier von draußen anzugucken dann geht es jetzt hier vorbei an der insel oder die übrigens auch sehr schön ist wenn man einen längeren aufenthalt hier hat oder zum beispiel mit einem kreuzfahrtschiff ankommt auch ein sehenswertes ziel ich habe es leider immer noch nicht geschafft hier hinzukommen das wollte ich eigentlich heute machen wenn ich mit der fjord faster gefahren wäre so hat es dann aber nicht geklappt hier waren wir nicht alleine im hafen christiansand ja auch ein sehr beliebter fair und kreuzfahrt hafen und so war heute hier die voyager of the seas von royal caribbean mit uns im hafen ein sehr großes kreuzfahrtschiff aber wie ich finde ein sehr schönes schiff was eben noch eine richtige schiffsform hat nicht so wie die ganz neuen schiffe die eben kaum noch wie richtige schiffe aussehen deswegen die voyager of the seas wie ich finde ein ziemlich schönes schiff auf das ich auf jeden fall auch sehr gerne mal drauf gehen möchte und hoffentlich euch dann auch ein video dazu machen kann ja und somit haben wir dann auch angelegt hier in christiansand und jetzt kam eben das kleine problemchen zu tragen daran dass ich mit dem selben schiff hin und zurück fahren wollte da die fährüberfahrt eben doch über drei stunden dauert war die einzige möglichkeit ich noch hatte mit der selben fähre hin und zurück zu fahren und zwar während derselben überfahrt das heißt ich musste von bord gehen einmal in das terminal rein neu einchecken und direkt wieder zurück an bord mit dem selben schiff sofort wieder zurückfahren an bord bleiben das war nicht möglich aber es war die einzige möglichkeit um überhaupt noch wenigstens eine meiner gebuchten fahrten in anspruch zu nehmen dann hatte ich mir einen tisch reserviert im catch me if you can leider leider ist das so dass dort die tische ohne mitsprache zugeteilt werden das heißt wenn man ankommt im restaurant wird ein bonn ausgedruckt und da steht die tische nummer drauf und diesen tisch muss man dann auch nehmen auch auf meine nachfrage hin konnte mir die mitarbeiterinnen die mich zum tisch gebracht hat leider keinen anderen tisch geben ich musste diesen nehmen und ich hatte leider so gefühlt den schlechtesten tisch im ganzen restaurant weit weg vom fenster mitten im gang also links der gang rechts einfach nur eine wand da war also quasi unmöglich überhaupt etwas zu sehen das was jetzt hier seht ist bei vollem zoom der blick zum nächsten fenster hin und das hier wäre jetzt der ausblick gewesen wenn man einen tisch ganz vorne bekommen hätte da ist das wirklich toll zu sitzen aber leider scheint man hier keinen keine möglichkeit zu haben einfluss zu nehmen eventuell ist es möglich wenn man direkt beim reinkommen fragt wenn man seine buchungsbestätigung abgibt vielleicht kann man das da noch beeinflussen hier seht ihr derweil die fjord faster die eben jetzt nur eine stadt zwei überfahrten gemacht hat auf diese fahrt wurde ich auch umgebucht aber ihr seht ja das hat nicht geklappt denn ich befinde mich jetzt auf meiner regulär gebuchten rückfahrt das heißt meine hin und rückfahrt hätten zeitgleich stattgefunden das natürlich nicht möglich und daher konnte ich leider nicht mit der fjord faster fahren und noch ein letztes wort zum catch me if you can also die sitzplatz vergabe leider nicht ganz optimal aber sicherlich notwendig wenn das restschiff eben voll ist für mich jetzt leider sehr unglücklich gelaufen dass ich da nicht raus gucken konnte ansonsten aber ein hervorragendes restaurant also die qualität der speisen die dort angeboten sind auch wieder weit über dem klischeehaften fair standard also das ist wirklich eher essen auf kreuzfahrt niveau das hat mir sehr gut gefallen sehr leckeres essen in einer extrem reichhaltigen auswahl also das kann ich euch schon auf jeden fall empfehlen für circa 25 euro könnt ihr euch einen platz dort reservieren also sprich eine mahlzeit bekommen inklusive reservierung und getränke sind auch mit dabei also auf einer dreistündigen überfahrt lohnt sich das natürlich auch dieser platz ist dann auch für die gesamte überfahrt für euch reserviert also auch das kann ich euch auf jeden fall empfehlen wenn ihr jetzt kein wert liegt auf einen ruhigen sitzplatz wie es eben in der business class der fall ist dann lohnt sich also das catch me if you can auch noch mal deutlich mehr als die business class und wir sind dann derweil auch schon wieder zurück in hirzhals in dänemark angekommen hier war mittlerweile auch die star wanger fjord zurück aus langesund mit der ich ja morgen hier angekommen bin und wir sind dann auch wieder eingelaufen am coller line terminal dieses befindet sich deutlich zentraler als das terminal der fjord line das heißt von hier aus kommt man dann auch zu fuß deutlich besser wieder zurück zu meinem hotel im vergleich zum fjord line terminal und für mich ging es dann eben zurück in mein hotel das skaga hotel dort hatte ich morgens meinen koffer schon abgegeben damit ich den jetzt hier nicht noch mit die ganze zeit hin und her transportieren musste und dann geht es jetzt hier erst mal wieder von bord und das terminal hat eine sehr lange verbindungsbrücke direkt zum beispiel zum bahnhof von hirzhals also ihr kommt von der coller line fast komplett trockenen fußes bis zum bahnhof und man kann eben auch etwas früher diese brücke verlassen und ist dann auch mitten in der stadt und so war ich innerhalb von wenigen minuten auch an meinem hotel angekommen und dort hatte ich dann dieses riesengroße zimmer bekommen für eine nacht und morgen geht es dann hier in hirzhals weiter dann mal wieder mit der bahn das war's für dieses video ich hoffe es hat euch gefallen hier könnt ihr sehen von wem die musik stammt und wann das nächste video dann kommt wie immer vielen dank fürs zuschauen ich würde mich selber likes kommentare abos oder eingeteilten video links erfreuen und wir sehen uns dann im nächsten video wieder